Autismus im Erwachsenenalter. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es bei uns um die sogenannte Autismus-Spektrum-Störung. Autismus hat viele verschiedene Ausprägungen und wer als Erwachsener von sich selbst vermutet, in diesen Kreis zu gehören, der wünscht sich vielleicht Gewissheit oder auch eine Therapie. Die Autismus-Ambulanz der Asklepios-Klinik Nord-Ochsenzoll kann da weiterhelfen. Diese Ambulanz gehört zum psychiatrisch-psychotherapeutischen Ambulanzzentrum der Klinik und Privatdozentin Dr. Mandy Roy ist die ärztliche Leiterin. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Roy. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung und freue mich auch hier zu sein. Autismus, da gibt es ja viele Mythen darüber. Was genau ist das eigentlich? Genau, also Autismus, wir reden ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, von Autismus-Spektrum-Störung und es gibt ganz bestimmte Eigenschaften, die Autisten aufweisen. Also dazu gehört, dass sie Schwierigkeiten haben im zwischenmenschlichen Kontakt, Ihnen fehlt die Intuition sozusagen für soziale Situationen. Das ist so ein Kernsymptom. Menschen mit einem Autismus, für die es ist schwierig, sich auf Veränderungen einzustellen. Also umgekehrt gesagt, es ist wichtig für sie, dass Dinge möglichst vorhersehbar und gleichbleibend sind. Sie haben häufig besondere Interessensgebiete und nicht seltener auch eine Überempfindlichkeit gegen bestimmte Reize. Also das kann Geruchssinn, Geschmackssinn sein. Und es ist so ein Komplex von Eigenschaften, die eben dazu führt, dass Menschen aus dem Autismus-Spektrum die Welt anders wahrnehmen und verarbeiten. Ist das eine angeborene Störung? Ja, ganz genau. Es ist genetisch verursacht. Das heißt, die Menschen, die sich im Autismus-Spektrum befinden, kommen damit tatsächlich auf die Welt. Kann man sagen, das ist so etwas wie eine Reizverarbeitungsstörung? Also dass man Dinge nicht so gut filtern kann vielleicht? Das ist ein Teil davon. Also es ist wirklich, Thema Autismus ist ein sehr komplexes Thema, muss man sagen. Und die Reizfilterschwäche ist auf jeden Fall ein Bestandteil davon. Also Menschen, die sich eben nicht im Autismus-Spektrum befinden, können in der Regel, wenn wir uns jetzt mal einfach die Situation vorstellen, wir gehen irgendwo auf der Straße spazieren, vielleicht mit jemandem neben uns und unterhalten uns. Und um uns herum sind natürlich auch Menschen und vielleicht Düfte aus irgendwelchen Geschäften. Menschen, die sich nicht im Autismus-Spektrum befinden, können das ganz gut rausfiltern, dass sie sich auf ihren Gesprächspartner konzentrieren. Und häufig für Menschen aus dem Autismus-Spektrum ist es eben nicht so einfach möglich, sondern für sie ist es gleichermaßen eben so, dass die Konzentration auf ihren Gesprächspartner gerichtet wird, aber auch alles, was um sie herum ist, strömt eben relativ ungefiltert in ihr Gehirn, sodass so eine komplette Überreizung quasi entsteht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt einfach von Autismus-Spektrum-Störung. Und Sie wollen ja da sein für Menschen, die eben diese Störung an sich selber vermuten. Das heißt, wer eigentlich kann denn dann zu Ihnen kommen? Genau, in der Regel sind das Menschen im Erwachsenenalter. Das ist nochmal ganz wichtig. Unser Angebot richtet sich halt ausschließlich an Erwachsene. Und es sind Menschen, die selber vermuten, dass sie auch in das Autismus-Spektrum fallen, dass sie eben auch einen Autismus aufweisen. Tatsächlich ist es so, dass ganz viele Erwachsene, die heute so zwischen 30 und 50 Jahren alt sind, und da war das noch gar kein Thema im Kindes- oder Jugendalter, das Thema Autismus. Und die Menschen haben aber auch häufig selber gemerkt, dass sie irgendwie nicht so richtig zurechtkommen in der Welt, dass die Menschen um sie herum eben anders funktionieren. Und das Thema Autismus ist jetzt ja, also gewinnt ja mehr und mehr Aufmerksamkeit und so stoßen diese Menschen häufig auf diese Begrifflichkeit und gucken sich das an und sehen, okay, das ist ja tatsächlich so, also die Punkte, die da beschrieben werden, treffen auf mich zu. Und dann möchten sie natürlich Gewissheit. Und diese Menschen, die wissen möchten, habe ich eine Autismus-Diagnose oder eben nicht, können sich an uns wenden. Und die Menschen, die wir diagnostizieren, wenn die irgendwie bei uns in der Nähe wohnen, wenn das passt, bieten wir denen in der Regel auch eine Therapie dann begleitend an. Ja, und ich glaube auch diese Diagnose zu haben, ist nicht nur für das Selbstgefühl wichtig, sondern manchmal braucht man das ja auch für behördliche Dinge, oder? Ganz genau. Das hat Bedeutung für behördliche Aspekte. Also man kann einen Grad der Behinderung beantragen, rein theoretisch, um da gewisse Absicherungen auf das Berufsleben vielleicht anbelangt zu bekommen. Das ist wichtig, ist aber auch wichtig für die, wie soll ich sagen, für die Lebenssituation des Menschen an sich. Also auch wenn es ein Mensch im Autismus-Spektrum ist, der vielleicht verheiratet ist, der eine Partnerschaft hat, oder auch nahestehende Freunde hat, ist es einfach auch wichtig, dass das Umfeld das erfährt. Weil es entstehen ja in der Regel viele Missverständnisse. Genau. Also zum einen ist es eben so, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, ein Kernsymptom, hatte ich ja gesagt, ist diese Schwierigkeit in der zwischenmenschlichen Interaktion. Und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass das, was Menschen, die keinen Autismus eben haben, die haben eine Intuition angeboren, für soziale Situationen. Die wissen irgendwie, ich muss, wenn wir uns unterhalten, ihnen in die Augen schauen. Gut, jetzt nicht über ein Interview, aber in anderen Situationen ist es auch entscheidend, vielleicht ihre Mimik zu lesen, an ihrer Art, wie sie sprechen, irgendwie zu erkennen. Zwischentöne zu machen. Genau. Und das gelingt Autisten eben nicht. Und so kommt es halt immer wieder zu Missverständnissen. Weil der Blickkontakt nicht gesucht wird, es empfindet vielleicht das Gegenüber als Desinteresse. Oder es wird eben nicht erkannt, dass der andere Mensch gerade traurig ist. Oder es wird halt sehr, Mitmenschen finden dann Äußerungen vielleicht als nicht empathisch, weil Autisten häufig auch sehr ehrlich sind und sagen, was sie denken. Und so kollidiert es dann natürlich immer wieder. Ja, genau. Das ist eine Sache. Autisten neigen auch dazu, Dinge wortwörtlich zu nehmen. Auch so kommt es zu Missverständnissen. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass Dinge ihnen sehr genau berichtet werden oder Aufträge sehr genau erteilt werden. Und wenn das nicht erfolgt, kommt es auch da eben zu Missverständnissen. Und dann ist es so ein doppeltes Empathie-Problem. Die Autisten können sich nicht in die Nicht-Autisten einfühlen, aber auch der Nicht-Autist kann sich nicht in den Autisten einfühlen. Und wenn man gar nicht weiß, dass überhaupt ein Autismus da eine Rolle spielt, führt das natürlich zu erheblichen Konflikten. Wenn man eben die Diagnose hat und weiß, okay, die beiden Menschen haben ganz unterschiedliche Wahrnehmungen ist natürlich ein ganz anderes Miteinander möglich. Ja, genau. Ist das denn, sofern man eine Therapie bei Ihnen dann beginnt, ist das auch Bestandteil der Therapie, ja, also mit der persönlichen, mit der Störung anders umzugehen, also sie nach außen auch zu tragen? Ja, also auch das würden wir mit unseren Patienten besprechen, an welcher Stelle es sinnvoll ist, über die Diagnose zu sprechen, an welcher Stelle nicht. Das ist ja auch von Lebenssituation zu Lebenssituation unterschiedlich. Also das ist ein wichtiger Aspekt von der Therapie. In der Therapie geht es aber auch häufig erst mal so um das eigene Identitäts- und Selbstwertgefühl. Also man muss sich vorstellen, wir haben durchaus Menschen, die irgendwie, sagen wir jetzt mal, vielleicht Mitte 40 sind und die dann irgendwie mal darauf stoßen, okay, ich habe mein Leben lang Probleme gehabt und ahnen, dass bei Ihnen Autismus vorliegt und dann bestätigen wir die Diagnose auch. Sie können ja Ihre ganze Biografie in einem ganz anderen Licht beleuchten. Also typischerweise bringen diese Menschen sehr viele Selbstzweifel mit, weil sie von anderen Menschen ja immer gehört haben, was stimmt mit dir nicht, du bist komisch. Und das macht ja was mit den Menschen, dass sie große Selbstzweifel haben und sich selber immer fragen, was ist falsch mit mir, was stimmt nicht mit mir. Und wenn sie dann wissen, okay, es hat alles seinen Grund, warum das so ist und ich bin auch nicht alleine, weil ein Prozent ungefähr der Menschen weisen Autismus auf, macht das ja was mit seinem eigenen Gefühl, wer ich bin. Genau, und mit dem Selbstwert, den ich auch entwickeln kann. Ich höre daraus, dass es also eine Gesprächstherapie ist, die Sie dann durchführen in dem Moment. Was ist mit Medikamenten? Genau, also Medikamente, die die Kernsymptome verändern, also sprich, dass die Betroffenen durch Medikamente eine bessere soziale Intuition haben würden oder weniger stressempfindlich wären oder sich eben auf Veränderungen besser einstellen könnten. Solche Medikamente gibt es leider bisher nicht. Was man medikamentös unterstützen kann ist, also es ist nicht selten, dass Menschen aus dem Autismus-Spektrum zum Beispiel Depressionen aufweisen oder Angststörungen oder auch eine ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und diese wiederum, also Depressionen oder Angststörungen oder auch die ADHS, die kann man auch natürlich bei Menschen mit dem Autismus medikamentös behandeln, zum Beispiel mit Antidepressiva, was dann auch die Lebensqualität wieder verbessern kann. Das heißt also, ich kann bei Ihnen eine Gesprächstherapie haben, wir können über Medikamente reden. Sie haben auch ein Online-Modul, das Sie angehen. Ja, ganz genau. Das habe ich ja gestellt aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es ja wenig Angebote flächendeckend in Deutschland, auf die Autisten, die eine Therapie durchführen möchten, zurückgreifen können. Und da ist natürlich durch ein Online-Modul für viel mehr Personen grundsätzlichen Zugang möglich. Und es erleichtert es vielleicht auch den Personen, die erstmal vielleicht noch ein bisschen Scheu haben, sich an einen Therapeuten zu wenden. Und deshalb habe ich so eine Online-Therapie entwickelt, wo ich die Patienten quasi virtuell an die Hand nehme und in kleinen Texten, in Videos bespreche sozusagen, was bedeutet Autismus, wie kann ich meinen Selbstwert stärken, wie kann ich besser mit Stress umgehen, so ganz verschiedene Aspekte einfach beleuchten. Und ich kann auch an Studien teilnehmen, um es den Patienten in Zukunft besser zu gehen zu lassen. Und so kann man vielleicht ausdrücken. Ja, ganz genau. Was steckt dahinter? Genau. Also mir ist ganz wichtig, auch diesen Bereich weiter zu erforschen. Und was ich gerade schon erwähnt habe, die Kombination ADHS und Autismus ist etwas, was bisher noch sehr vernachlässigt wurde im Erwachsenenalter. Und da bin ich jetzt gerade dabei, eine Studie zu designen mit Fragebögen, die man auch online ausfüllen kann, wo wir da noch mehr Erkenntnisse gewinnen. Also zum einen, wie wirkt sich eine ADHS eben auf den Autismus aus, aber auch nochmal bestimmte Komponenten beim Autismus näher zu beleuchten. Also zum Beispiel stelle ich da auch Fragen über Hilfsbereitschaft, weil noch ist es ja so, dass der Autismus mit einigen Vorurteilen behaftet ist. Also es ist auch häufig, glaubt man, dass Menschen im Autismus-Spektrum nicht empathisch seien, aber häufig ist es halt eher so, dass sie gar nicht so die Situation erkennen, auch die sie empathisch reagieren können. Es ist eben nicht so, dass sie kein Mitgefühl haben. Und solche Dinge würde ich halt auch nochmal gerne etwas näher beleuchten. Ja, es ist eine reine Fragebogensache. Also nichts, was wehtut, nichts, was piekst. Nein, nein, nein. Es ist einfach nur ein bisschen Zeit. Und wenn ich Patient wäre und ich würde mich gerne daran beteiligen, an wen wende ich mich? Genau, gerne mich einfach per Mail kontaktieren. Und genau, dann können, also stehen wir in Verbindung sozusagen. Und wenn es losgeht, könnte ich dann Bescheid sagen. Da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.